Malik, Malik, neue Brati ist da, Limo, mach uns mal einen Duft raus. Sehr gerne. Heute werde ich einen Duft kreieren, das mir das Getränk von Brati White Lemon riecht. Ich werde das Ganze durch einen Geschmackstest durchführen und werde das Getränk in einer Spritzflasche umfüllen und es probieren. Das Getränk von Brati White Lemon schmeckt oder riecht frisch bzw. zitrisch. Deshalb nehme ich als Kopfnote die Zitrone und die Pampelmuse. Und für die Herznote nehmen wir Salbei. Und zu guter Letzt kommt die Basisnote, Zuckerwatte. Jetzt füllen wir den Flakonk mit Alkohol. Und an alle Hälter da draußen, lasst eure Kommentare und so riecht der Duft.